Und da bin ich auch schon wieder zurück, mit immer noch im Kampf mit Ponita. Ein männliches Ponita. Das müsste dann doch eigentlich Ponito heißen. Haha, um mal meine ganz, ganz riesen Spanischkenntnisse rauszulassen. Ja, die eigentlich gar nicht vorhanden sind. Ich würde sie auch gar nicht so nennen. Waren ja nur zweieinhalb Jahre Spanisch oder so. Einen geraten Satz würde ich deswegen aber heute nicht rauskriegen. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Das hast du doch getan. Das finde ich sehr höflich. Was hast du noch zu sagen? Ich mag Pokémon, die stark und selten sind. So wie ich. Es sei denn, sie sind legendäre Flug-Pokémon. Wie in dieser Edition. Die sind ziemlich langweilig. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Natürlich. Und du siehst eher aus wie Opa. Oder ein Theologe. Ich will ja jetzt nicht so viel sagen. Was ich ja noch machen möchte. Generell, was ich jetzt noch machen möchte. Beutel. Ja, wir haben doch bestimmt einen Trank dabei. Einen super Trank. Drei Stück. Hm. Vielleicht ein bisschen zu wenig. Aber naja. Wir haben einen Hypno. Hey, Erdmännchen. Hypno. Oh mein Gott. Der Kapitän war frei oder bleich. Er sah schlecht aus. Viele Leute werden leicht seelkrank. Ja, man wird hier immer mit ganz, ganz tollen Info-Momenten. Hier treffen. Sensei. Hat man dich tatsächlich eingeladen. Kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück im hohen Gras. Ja. Genau. Danke für den Tipp. Ich habe meine eigentlich im Sand ausgebuddelt. Aber okay. Tauburga, ey. Oh, ich bin so erinnerungsvoll toll. Keine Ahnung. Konfusion. Ja, Fuchsutlieb. Mehr kannst du nicht. Das ist mir klar. Konfusion. Ja. Juhu. Tauburga wurde besiegt. Das ist sehr schön. Als nächstes wird Schillok von Rivale Hugo eingesetzt. Möchte ich wechseln? Natürlich möchte ich das, denn diesmal habe ich ein sehr exzellentes Pokémon gegen dein Schillok. Ich habe ein Dooflor gefangen. Beziehungsweise es entwickelt. Und ein Schillok. Ach komm, machen wir gleich Absorgen. Ach, Panzerschutz. Das ist ja niedlich. Dein Schillok mag zwar Heimvorteile haben, da wir auf einem Wasserfahrzeug sind, aber ganz ehrlich. Ja, Fuchs. Ach Gott. Na gut, helft mir. Ja, genau. Deswegen habe ich jetzt Schlafpluder. Schlafpluder. Schlafpluder ausgewählt. Damit es nicht weiter Panzerschutz machen kann und der Kampf noch länger dauert, als er es müsste. Bla, bla, bla. Keine Ahnung, was ich hier schon mit der Rede rede. Bla, bla, bla. Worte. Ach ja, diese schweren Worte. Sehr effektiv. Natürlich ist das sehr effektiv. Ich habe einen Pflanzen-Pokémon und eher einen Wasser-Pokémon. Ja, und du macht bis. Ja, das interessiert mich so ganz herzlich wenig. Komm, Volltreffer. Ach, ähm. Ja, man, Volltreffer sein dürfen, damit der Kampf vorbei ist. Aber naja, gut. Wieder bis. Bitte schräg nicht zurück. Super. Ja, ein sehr mutiges Duflor, was wir da haben. Hervorragend. Ja, ihm wurde Energie abgesaugt. Als nächstes wird Kadab reingesetzt. Natürlich. Ähm. Ja, wir wechseln mal schön durch. Und jetzt hat er jetzt schon einen Radikal. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall wird dann Zuber dran kommen. Also, Dracula. Ja. Mega-Heap. Ach, und ich bin sogar schneller. Das ist, na gut. Bei 10 Level 100 steht. Hm. Bam. Wie man so schon sagt. Yeah, Level 29. Und aktuell gehorchen uns ja nur Pokémon bis Level 30. Ich weiß. Soweit ich mich erinnere. Durch den Orden. In Azuria City. City. Mit Z. Nur echt mit Z. City. City. Z-I-Doppel-T-Y. City. Oder auf Deutsch mit I-E. Oder auch die Mehrzahl. City. Wie bei Partys. Aha. Ach Gott, das hört nicht auf mit dem schlechten Ding an hier. Routenschlag. Ja, hast du ja auch eine verflixt lange Route, muss man hier mal dazu sagen. Du etwas fett geratene Feldmaus. Du läufst nicht mehr im Rad. Du bist das Rad. Ist verwirrt. Natürlich bist du verwirrt. Du bist nur eine Ratte. Es wäre so schön, wenn Pokémon, die verwirrt sind, die zum Beispiel ein Kleinstein, Georock oder ein Voltoball oder Elektroball, die sich explodieren können. Die explodieren können. Wenn sie verwirrt werden, einfach, ja, Voltoball sprengt sich selber in die Luft. So eine Statusmeldung. Ach, das wäre so schön. Boom. So, der kleine Attentäter unter dem Pokémon, ne? Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Auch wenn es die falsche Stimme war. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit Zerschneider an Bord sein. Aber da war nur ein seekrank alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich. Du solltest den alten Mann besuchen. Ciao. Ich habe keine Zeit für dich. Tch. Ja, dann gehen wir mal den alten Mann schrubben. Ähm, ja. Das geht mir gar nicht. Sensei massiert den Kapitän in den Rücken. Der musste sein. Ruppelschrubb. Das klingt so schön falsch. Oh, jetzt habe ich gedacht, dann möchtest du den Umgang mit Zerschneider lernen. Ich könnte dir die beibringen, aber mir ist so übel. Genau, dann einfach das hier. Damit bringst du deine Pokémon den Umgang mit Zerschneider. Ganz leicht bei. Sensei hat VM-01. Nee. Sensei, ja. Wenn du Zerschneider einsetzt, mir geht es schon viel besser und ich benutze deine Stimme. Hey, kannst du kleine Bäume fällen? Probiere es doch bei den Bäumen um Rania City aus. Oder wie Let's Roast sagen würde, ich könnte die Büsche auch einfach platttreten. Aber nein, wir sind hier im Pokémon-Land. Da muss Pokémon-Logik angewendet werden. Da können wir nicht einfach Büsche platttreten. Nein, sie müssen zerschnitten werden. Und war er schon in der... Ach nee, geht es ja zum vorderen Deck. War er denn schon in der Küche? Ich hoffe doch. So, ähm... Es gibt viel zu tun. Man kann die ausruhen. Natürlich kann man das nicht. Ähm... Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Karoffel schälen. Ah ja, er war noch nicht hier. Okay. Ähm... Ja, es schläft... Ach Gott. Es schläft und frisst den ganzen Tag. Das, was ich eigentlich auch immer mache. Sensei hat Arena... Marina-Beere. Und Sensei hat Maronen-Beere gefunden. Juhu. Die sind ja richtige Beerenjäger. Hahaha. Ja. Beeren ohne Fell. Aber damit viel mehr Fruchtfleisch. Mensch. Ich weiß jetzt leider nicht, wo er überall schon war. Ne, hier waren wir schon. Das ist ja dieses, äh... Marschock. 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 Und da fährt das Schiffchen nach vorne. Und wir winken alle mal. Bye. Vorsicht. Ach, die heilige Musik. Ich hoffe, es ist kein italienisches Kreuzfahrtschiff. Und ich weiß, der Witz ist mittlerweile sehr ausgeluscht und einfach nur plump. Aber er muss da einfach sein. Er gehört in jedes schlechte Wortspiel-Repertoire. Und wie lange habe ich denn eigentlich noch... Ach, haben wir noch ein bisschen. Na gut, ich möchte noch schnell meinen Dracula trainieren. Da seid ihr doch auf jeden Fall. Da möchte ich da... Ne, möchte ich... Oder? Ah, ja doch, ich möchte hier. Du, du, da, 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 da. Ich weiß, wir haben schon... Obwohl, wir müssen ja sowieso hier landen. Nein, ich ja... Den Orden kann er dann nächstes Mal holen. Das ist ja klar. Obwohl, ich könnte es theoretisch schaffen. Aber da müsste ich dir einen Trainer auslassen, Liebes. Ach, du bist ja noch in der Tagesordnung. Na, Mensch. Diktor, wenn ihr Miene erhält, irgendwas Punkte. Natürlich, ich möchte tauschen. Denn ich möchte noch schnell unser Dingens entwickeln. Wenn ich schon keinen Orden holen kann, dann hole ich wenigstens zwei Entwicklungen daraus. Ist doch was. Und ein Diktor. Wer hätte es gedacht? Obwohl, früher gab es hier auch Diktri. Ich weiß gar nicht, ob es bei der Version hier auch noch so ist, dass man hier auch Diktri antreffen kann. Flugattacke müsste doch ja... Müsste... Müssen und sollte, muss und überhaupt. Flügelschlag. Bam. Tschüss. Ach Gott. Reicht mir aber mehr auf. Angriff sinkt von Dracula. Natürlich tut er das. Warum denn noch nie? Aha. Ah, wie gut. Incentität. Boah. In... Nee, ich lass es. Incentität. 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 Bäh. Was ein blödes Wort. Acht wäre stark gewesen, aber da wir ein Flugprogramm haben oder ein fliegendes, ein schwebendes, juckt uns das nicht. Ein weibliches, betrunkenes Diktor. Man merkt es, man erkennt es daran, dass es eine rote Knollnase hat. Rote Nase zeugen ja ganz oft auf. Ähm, sehr viel, zu viel Alkohol konsumieren. Und daher würde ich einfach mal sagen, dieses Diktor hat sich in seinem Loch verkrochen und sich zugesoffen. Ein schlechter Reim, der musste sein. Auch wenn M und N sich nicht mal reimen, aber egal. Level 22 und wenn ich mich nicht täusche, entwickelt es sich jetzt. Was hast du eigentlich für Statistiken? Irgendwie, ja, Angriff verteidigend ziemlich ausgeglichen und ja, ich bin wieder ruhig. Da freut ihr euch, ne? Ha, ist mir klar. Dein Dracula wurde zu Goldbart. Natürlich wurde es. Blum, 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 blum. Wobei, wo da gerade mein Diktor vor mir steht. Flügel schlagen. Oh. Gut, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich hab' gar nicht geguckt, ob er neue Pokémon-Bälle gefangen hat. Äh. Hm. Fällt mir auch irgendwie gerade auf. Neue Pokémon-Bälle gefangen. Schön. Ähm. Nein, ob er... Äh. Neue Pokémon-Bälle... Ein Superball. Ein Superball. Naja, ich probier's. Mal einen Diktor. Nehm' ich dann doch jetzt mal als kleine... Bitte, 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 bitte. Jawoll. Als kleine TM-Huror. Da, 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 da. Ähm... Ja, natürlich. Möchtest du Diktor ein? Ähm. Oh. Jetzt wollte ich's gerade über die Tastatur eingeben. Das war natürlich irgendwie sehr schlau. Ähm, ich nenne dich Kata. Warum nenne ich dich wohl Kata? Hm, man könnte darauf kommen. Denn, wir haben doch jetzt eine tolle TM erhalten. V-M-T-M-Box öffnen. V-M-01 zerschneiden. Und ich weiß, dass es dick da ist kann. Natürlich kannst du nur Wiesel. Du kannst dich in vier Attacken, ne? Du Schaufler. Kratzer. Insensitiert. Heula. Und mir bleibt noch knapp eine Minute bereit. Eine Minute zur Verfügung. Wovor auch schon mein zweiter Part von dieser Session dann beendet werden muss. Aber egal. Durch die Höhle schaffe ich es noch. Ja. Diktor. Wir haben schon einen Diktor. Hey, du da. Du bist ein Diktor. Uhu. Wer hätte es gedacht. Und an sich sind die Viecher gar nicht so schwach gemessen an unseren Prokummern. So vom Level her. Das ist eigentlich immer eine ganz nette Höhle, wenn man das so will. Bam. Level 15 dick da. Natürlich bist du das. Dracula. Flügel-Schlag. Wunderbar. Last one hit, Gullbart. Das one hit, Wunder. Auch ohne Musik. Und ich fürchte, das war es dann auch schon wieder mit mir. Ich verabschiede mich mit irgendeinem Kampf, so wie er es oft rauslässt. So wie er es oft rauslässt. Egal. Ich bin Mr. Fopsy. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Viel Spaß noch beim weiteren Let's Play Together. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.